Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem Freund. Sag mal hallo. Hallo. Wir wollen heute ein Spiel spielen. Das heißt Loompeitsche. Kennt ihr die? Die braucht man dazu. Und natürlich zwei Würfel. Damit man weiß, wie viele das sind. Gut, dann geht's los. Wir fangen erst an. Wir machen Schnick, Schnuck, Schnuck. Wer einen Punkt hat, der hat gewonnen. Und dann fangen wir auch an. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Komm, wir haben Schlang an. Er fängt an. Er würfelt. Er hat Bier. Du hast eine 6. Du hast eine 6. Du hast eine 6. Du hast eine 6. Du hast runtergefallen. Oh my God. Umgekippt. Oh my God. Also wir haben hier eine 11. Eine 11. Also eine 11 hier. Muss ja sich 11 mal peitschen. Mal sehen, ob wir so viele haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit ihr es auch ein bisschen seht. Ja, wie er sich peitscht. Ah! Kommt nicht auf. 1, ich genieße es mit meinem Wasser. Ah! 2, er hat so ein Pech. 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6. Ich genieße es! Acht! 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 Neun! Zehn! Neun! Neun! Komm jetzt hast du es geschafft! Wir haben hier noch reichlich am Lumenbänder So und jetzt ist der Herr hier neben dir dran Der Erik dran Alles mal zur Seite So, jetzt fangen wir an Und ne 5! Hier ne 5 Dann fangen wir an Fangen wir schon an Ja, gehen wir So AHHHHH Da war ein Finger Komm, das zieh dir! So, damit ihr es jetzt noch verziehen AHHHHH Du bist so eine Hure Ich fress den Teil den Kraftaufdruck in meinem Video hier Man sieht den Da AHHHHH AHHHHH Der Reizung! Komm, letzter! Letzter jetzt! Dann ist er wieder dran Komm, komm, komm So So Jetzt hat er seine 5 hinter sich Jetzt fängt ich mit dem Glück Hier hab ich nur so wenig Und hier zeig ich euch auch nochmal ein Lumenband Wie das aussieht Also eher eine Lumenkette So und jetzt Jetzt bin ich wieder dran Würfeln Eine Neun Ihr seht Jetzt kann ich mir neu mal wieder peitschen AHHHHH Scheiße Er hat schon viele Aber es senkt sich langsam Das finde ich nicht so gut AHHHHH Drei 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 Zeig mal dein Gesicht wie du weinst AHHHHH 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 Vier Oh, das tut ganz schön weh Ja Ich muss mir gleich wieder neues Wasser holen AHHHHH Fünf Versechst du Riechst leide mit euch AHHHHH Sieben AHHHHH Und jetzt kommt der letzte Der darf nicht so durchsehen Ne Aber jetzt kommt so ein richtig heftig Der orange AHHHHH 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 Ich mach mal kurz die Tüße AHHHHH So Hat sich da mehr Jetzt ist er wieder dran Ne kleine Gif Und jeder macht dreimal Und dann ist das auch schon vorbei Dann wollten wir Machen wir nachher nochmal ein Longboard Video Die Infos kriegt ihr heute nochmal Also gleich nach dem Video Wenn das Video vorbei ist Und dann werden wir auch nochmal Ein bisschen züchterne spielen Ins Video rein Mit Sechs Hier Weil es kann Viel Spaß beim Sechs mal pfeifen Ne Ja Tut dir nicht so doll weh Ich hab dreimal weniger Ich treffe meistens meine Finger Aber ist auch okay Da war noch mal weh Da war noch mehr weh Hier sind wir AHHHHH 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 Zwei AHHHHH 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 DREI AHHHHH 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 VIR VIR Nimm euch dein Ende hier! Fünf Aua! Der Tag ist sogar mein Handy. Ich hab schon der letzte erst fünf Millen. Sechs. Denk um. Denk um. Denk um. Jetzt verdient es. Die Runde ging. Die Runde ging. Acht! Und Sie sehen, hier sind acht. Jetzt kann ich mir wieder acht mal punchen. Ich guck einmal ein paar Kommentare hier am Laptop nach. So, komm mal schauen. Da fragt einer, wie alt bin ich und der Freund, der neben mir sitzt. Ich bin zwölf und du? Ich bin dreizehn. Bist du nicht, du bist zwölf? Nein, ich bin noch zwölf. Ich bin dreizehn. Ich werde bald dreizehn und er auch bald dreizehn. Ich werde am 1. November dreizehn und er wird am 23. November. Ah! Dritter. So, und jetzt kommen hier dreifacher. Ich mach drei auf einmal. Ah! Schummler! Zwei! Das sind drei! Ah, scheiße! Tut aber nicht doppelt so weh! Ah! Warte, mach ich nur mal! Das zählt jetzt einmal! Ah! Viermal? Viermal! Ja, tu nicht so! Nein, der tat nicht so doll weh. Ah! Das zieht, das zieht. Ja, und ich auch. Wir haben jetzt schon sieben Minuten 32 drauf. Das geht noch. Aha! Sechs! Komm, sieben schaff. Du hast mich abgeführt! Der kleine Wichser! Jetzt kriegt er auch noch mal einen. Acht! Ruhig, ruhig mal ein Zeichen, wie das tut. So, das war dein letztes. Ah! Oh! Willst du ein Latten? So ist er nicht. So, jetzt ist er wieder mit. Das war jetzt mein letztes. Ja! Ja! Nur vier. Äh, sechs meine ich. Hier, damit ihr es seht. Sechs. So, viel Spaß! Schon wieder! Schon wieder! Das geht doch nicht so! Nee, doch. Geht immer. Zwei. Hier ist sie erst mal. Hopp! Dann fangen wir schon mit den ersten hier gleich an! Ah! Die ziehen, die ziehen! Jo! Jo! Ah! Der ging, der ging! Der ging da! Jo! 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 Ich kann das ab mit meiner Haut! Jo! Wir haben ja auch noch eine Hose an! Also geht's ja noch! Jo! 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 Der zieht es schon! Der zieht! Jo! Jo! War der vorletzte? Jo! Jo! Jetzt kommt immer so ein richtig dicker! Jo! Und weißt du, warte was, Alter! Geil! Ich mach auch noch mal einen! Eins! Komm! Eins! Du hast schon drei! So! So! Salat! Wie viele machst du? Ah! Man sieht das gar nicht, du Hund! Ah! Ich bin ein Hund! So! Das war's jetzt heute auch mit diesem Video! Wir machen heute noch ein Video mit Longboard und Tischtennis! Wie gesagt schon! Die Infos wollte ich euch ja sagen! Wir gehen auch vielleicht noch mal zum Kiosk und nehmen euch natürlich mit! Das ist ja keine Frage! Guck mal wie Pedo das ist! Ist euch doch schon mal ein Video aufgefallen? Du findest nicht so cool im Video! Ja! Schlepp, Kiri! Nein, weißt du jetzt! Also, wir gehen jetzt weiter! Ja! Also, dann sehen wir uns nachher! Und tschau! Tschö! Tschö! Tschö!